Chili-Mann, Beste. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für Chili-Mann-Content. Wir wissen es alle, Himmelblau, bester Song, aber Chili-Mann arbeitet auch an weiteren Projekten wie Singfluencer, indem er kurze Clips nimmt und daraus Musik macht von Streamern, finde ich persönlich ganz fantastisch. Wir sind große Fans und hier jetzt in der fünften Ausgabe mit Toro, Los Kitten und uns. Wir sind gespannt, was der Chili-Mann da wieder gezaubert hat. Ich bin sehr gespannt. Rein, wir hören mal zu. Wollen wir eigentlich mal eine Challenge machen für Chili-Mann? Das finde ich! Ob er irgendwie aus welchen Worten kann man einen unmöglichen Song machen? Ich habe mal gehört, auf Kanada reimt sich nichts. Hä? Hä, auf Kanada reimt sich nichts? Hat er nie South Park den Film gesehen? Und wenn man sich beschweren will, ist Kanada. Richtig! Wir dürfen ja keinen Song abspielen, das muss er selber machen. Lass mal einen Clip machen. Panama, schau mal da. Orange. Tralala. Gleich, ich versuche einen Take zu machen, wenn ich den mache. Genau, Ramadan. Dann geht's los. Okay, bereit? Panama, in Kanada. Alles bereit mit der Kamera. Panama, in Kanada. Alles alright mit der Kamera. Panama, in Kanada. Alles alright mit der Kamera. Panama In Kanada Alles alright? Büroklammer Schall an da Da ist die Bürokammer des Todes I'm Mama Panama In Kanada Alles alright mit der Kamera Panama In Kanada Alles alright mit der Kamera Panama In Kanada Alles alright mit der Kamera Panama In Kanada Aber für dich ein Dübel zu rauchen Büroklammer Bist du schlau Mann Bist du gut Mann Jeder kennt ja Kanama Du bist weise Dir nur scheiße Dir nicht würdig Kalklammer Weißt du noch wie es damals war Im Norden Drogen in Panama Es war so schön bedeckt mit Schnee Du machtest Fotos mit dir Mit seiner Sängerin ist es halt nice Und es war so schön wie auch genial Panama In Kanada Alles right mit der Kamera Panama In Kanada Alles alright mit der Kamera Panama In Kanada Alles alright mit der Kamera Panama In Kanada Alles alright Büroklammer Bist du schlau Mann Bist du schlau Mann Bist du schlau Mann Bist du schlau Mann Jeder Gänse Kann man man Ich find's so geil, dass die Moves so passen, Alter Für will diese Bist weise Dir nur scheiße Dir nicht würdig Kalklammer Alright Ich glaube daraus kann man nie was gutes machen tut mir leid Daran wird er verzweifeln Wir haben zu gute Laune Für diesen Appedibappet Ich hab seinen Namen vergessen Chat ihr müsst mir kurz helfen Apocare wenn man da nicht rein geht weiß ich auch nicht ich wusste es war mehr wegen dir ja 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 Bin ich gleich zu tanzen, Alter. Das ist unfassbar. Sorry. Ganz dicker Winner-Song, Alter. Sehr fantastisch. 10 von 10. Ultra nice, Alter. Chili-Mann. Wirklich. Gold geliefert wieder. Chili-Mann, Mimermann, Böhmer-Mann. Guck mal. Chili-Mann, Mimermann, Böhmer-Mann. Prime auf Stufe 1 gewechselt. Ehre. Dankeschön. Rostkitten, Mauki und Maurice. Ja, kann man auch machen. Solange das in den Marsch passt und mit einer Rammstein-Stimme gesungen werden kann, finde ich das gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, was wird daraus denn? Böhmer-Mann. Böhmer-Mann. Du machst nur einmal so und es ist die ganze Zeit wieder. Chili-Mann, Mimermann, Böhmer-Mann. Chili-Mann, Mimermann, Böhmer-Mann. Chili-Mann, Mimermann, Böhmer-Mann. Chili-Mann, Böhmer-Mann. Das ist ja fantastisch. Chili-Mann, Mimermann, Böhmer-Mann. Chili-Mann, Böhmer-Mann, Böhmer-Mann. Chili-Mann, Böhmer-Mann. Fantastisch. Mega Song, Alter. Ist ja nur gut. Zehn von zehn. Ich brauche den für mein Soundboard. Ey, ist das fantastisch, Alter. Chili-Mann, du Genie. Wirklich erst letzte Woche. Diese Woche war das sogar, ne? Diese Woche, ja. Das war diese Woche, dass wir das gemacht haben. Alter, wie schnell du auch bist. Das ist ja unfassbar. Dieser Mann braucht einen Plattenvertrag. Oder noch viel besser, damit ihn keine Plattenfirma ausnimmt. Ihr müsst alle auf Spotify gehen und euch alle Songs von ihm anhören. Ja, und ihn auf YouTube abonnieren. Und ihn auf YouTube abonnieren, bitte. Das ist ja fantastisch, Alter. Chili-Mann, Beste. Digger. Also, ich finde den Rammstein-Sound hat er extrem gut getroffen. Ja. Mega gut, ey. Zehn von zehn. Chili-Mann, was sollen wir sagen? Wir küssen deine Augen. So. Bis gleich. Tschüss. Das ist. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017